Yo, Leute, was geht ab? Da ich so lange inaktiv gewesen bin, wird euch YouTube wahrscheinlich nicht sagen, dass ich heute um 20 Uhr ein neues YouTube-Video hochladen werde. Deswegen mach ich es. Also, heute um 20 Uhr kommt Beziehungstest-Teil drauf. Also, tut mir den Gefallen, pusht das Video so gut ihr könnt, um meinen Kanal wenigstens ansatzweise wieder zu beleben. Bitte, Leute. Ihr pusht damit meinen Kanal. Und als Dankeschön dafür starte ich ab jetzt die Gönunity. Das heißt, am Ende meiner Videos werde ich 1, 2 oder 3 Leute auch zurückpushen. Sagt man das so? Es wird also jedes Mal ein Talluloo des Tages geben und die Person wird dumm und dämlich gepusht, okay? Jetzt die Frage, wie wird man Talluloo des Tages? Erstens, ihr löst das jeweilige Talluloo-Quiz vom Video. Zweitens, ihr liked und teilt das Video. Drittens, ihr schickt mir einen Screenshot als Beweis. Viertens, ihr kommentiert das YouTube-Video mit Hashtag Talluloo-Fam und deinen Instagram-Namen, damit ich das prüfen kann. Via Zufallsprinzip suche ich mir dann eine Person aus und die Person bekommt Minimum, Minimum 1.000 Likes. Weil wenn die Leute dann nicht gönnen, dann hören wir auch direkt auf. Einer von euch wird heute schon um 20 Uhr auf meinem Kanal gepusht. Und alles, was du tun musst, ist, checkt Beziehungstest Teil 40 ab, teilt dieses Video, liked dieses Video, schickt mir einen Beweis auf Instagram und das war's. Naja, wenn es irgendeiner von euch gemacht hat so, wird er heute auf jeden Fall noch in einem richtigen Video gepusht. Dann würde ich sagen, let's go!